Die Sache ist fast so gut wie durch und zwar, ihr kennt ja bestimmt diesen GIZ-Trick, wo einige das so machen wollten, dass sie ihre Beiträge lieber bar bezahlen wollten. Die Rundfunkanstalten haben sich natürlich da quergestellt. Ich lasse mal das Urteil einfach mal runterscrollen, dann könnt ihr euch das mal in Ruhe durchlesen. Wir haben durch Europäische Gerätshof Generalanwaltschaft hier ein Urteil. Barzahlung muss grundsätzlich möglich sein. In einem Verfahren vor dem Europäischen Gerätshof um die Möglichkeit zur Barzahlung des deutschen Rundfunkbeitrages hat sich der zuständigen Generalanwaltschaft dafür gesprochen, dass Geldforderungen grundsätzlich bar bezahlt werden können. Wie gesagt, es gab doch mal diesen Trick und die Rundfunkanstalten haben gesagt, nee, entweder direkt per Überweisung oder per Lastschrift Einzug. Es ist ja so, dass Barzahlung grundsätzlich, ich muss das mal gucken, gegen europäische Recht verstoßen tut. Dennoch können die physischen Zahlungen nur in Ausnahmefällen begrenzt werden, heißt es. Also es gibt schon gewisse, ich sag mal Ausnahmen, allerdings dürfen Mitgliedstaaten in Ausnahmefällen andere Regelungen erlassen, erklärte die Richterin oder die Vorsitzende. Er verwies ausdrücklich darauf, dass das Bundesverwaltungsgericht diese prüfen muss. Wie bereits gesagt wurde, hier haben zwei Wohnungseigentümer sich durch die ganzen Instanzen hochgeklagt und jetzt muss das Ganze eben halt von Bundesverwaltungsgericht geprüft werden, weil diese ganze GEZ-Geschichten, ja, das ist alles, das wird vom Verwaltungsgericht geklärt. Das Bundesverwaltungsgericht kam zwar zu dem Schluss, dass die HL-Satzung gegen das Bundesbankgesetz verstoße. Es legte den Fall aber zunächst dem Europäischen Gerichtshof zur Auslegung des EU-Rechts vor. Also hier kollidieren zwei Sachen gegeneinander. Einmal dieses Bundesbankgesetz und einmal dieses, ja, europäisches Recht, ne, also das, ja, Barzahlung beziehungsweise, ja, Zahlen mit Münzen oder sonstiges in dem Fall nicht zulässig wäre. Hilfsweise wollten die zwei Kläger feststellen lassen, dass sie berechtigt sind, Rundfunksbeiträge im Bar zu bezahlen. Dementsprechend ist, ja, das Ganze einmal vor Bundesverwaltungsgericht gelandet und diese wurde dann eben halt, ja, Europäische Gerichtshof vorgelegt. Die Mitgliedstaaten seien deswegen verpflichtet, schutzbedürftigen Personen ohne Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen zu ermöglichen, ihre Verpflichtungen insbesondere des öffentlich-rechtlichen Art ohne zusätzliche Belastung zu erfüllen. Anhand dieser Maßstab hat nun das Bundesverwaltungsgericht die Beitragssatzung des HL zu überprüfen. Der Generalanwalt hat an der Regelung aber so eine Zweifel, so seine Zweifel, da die Vorschrift Euro-Banknoten offenbar absolut und ausnahmslos ausschließe, ohne dass die Funktion soziale Eingliederung berücksichtigt worden sei. Also, ein Urteil ist auf jeden Fall bald zu erwarten, aber wir wissen ja schon mittlerweile, was auf uns zukommen wird. Bargeld dient als soziale Eingliederung. Der Begriff Euro-Banknote legt der Generalanwaltschaft dahingehend aus, dass Gläubiger grundsätzlich verpflichtet seien, Bargeld anzunehmen. Also, hier wird deutlich festgestellt, dass sie Bargeld annehmen müssen und, ja, Vertragsparteien müssen sich irgendwie einigen können. Zum einen könnten die Vertragsparteien privatautonom ein anderes Zahlungsmittel als Bargeld vereinbaren. Zum anderen können auch die Mitgliedstaaten Bargeldzahlungen in Rechtsvorschriften beschränken. Solche hoheitlichen Regelungen müssen allerdings im öffentlichen Interesse sein, eine Bargeldzahlung nicht vollständig abschaffen und die Geldschulden auf anderen Wege begleichen werden können. So, jetzt ist auch das Urteil mittlerweile zu Ende. Ich scrolle das Ganze für euch mal hoch. Also, Barzahlung ist wohl anscheinend doch möglich. Und, ja, da muss man halt gucken, wie man sich mit Grundfunkanstalten einigen tut. Aber das muss erstmal vom Bundesverwaltungsgericht, also höchster Verwaltungsgericht Deutschlands, erstmal geklärt werden. Alles gut, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und bis zum nächsten Video.